Okay, aufbrechen. Fernsehen laden. Ah, ist das ne Universalfernbedienung. Es ist universal. Ich kann es programmen, um mit diesen TV zu arbeiten. Ich hoffe, die Kraft ist noch auf. Kannst du das einfach machen? Ich habe alle Kode gemerkt, als ich in der A.B. war. Lass es versuchen. Okay. Okay. Und jetzt? Wir sollten den Kerl dort drüben untersuchen. Ja, aber kann ich ja nicht. Auf den Siegelstein kommen wir nicht dran. Der Mann dort hat die Schläge. Wie kann er sicher sein? Aber man muss... man muss beweisen, dass... Okay. Okay. Ja, der Fernsehding ist, aber die hören nichts. Ich würde sagen... Wir sollten den Kerl dort drüben untersuchen. Aber der lässt mich nicht. Ich komme nicht dran. Das will ich jetzt nicht einhauen. Wir sollten den Kerl besuchen. Vielleicht hat er einen, aber wer weiß, ob er hier wirklich gearbeitet hat. Ich habe es dir doch schon bewiesen. Hier ist ein Ziegelstein, wir kommen aber nicht dran. Okay, niemand hat den Code. Man kann das doch nicht einfach kaputt hauen. Was? Und jetzt, um diese Dinge zu verhindern. Aufmerksam. Ich kann nicht auf den Brücken erreichen. Ich kann nicht auf den Brücken erreichen. Mach das Tor ein bisschen auf. Oh mein Gott, wie laut das ist. Ja, jetzt kannst du einen Brick nehmen. Als ob du vorher da nicht dran gekommen wärst. Gut, jetzt aber die Scheibe einwerfen. Und? Jetzt sind nur Überlebende drin. Hilfe! Jetzt sind nur Überlebende drin. Hilfe! Jetzt ist die Zeit. Okay, sehr gut. Do we那麼 cuando die Armmottes terrible Keep an eye out, will ya? Shut up in there, will ya? consciencie Warum wird jeder zu einem Idioten in so einer Zombie-Ding sein? Es tut mir leid, dass ich ein Schierer war. Entschuldigung, Mann. Entschuldigung, dass ich nicht hier bin. Aber nur wenn du bist, um dich auszutauschen und zu helfen. Den eigenen Bruder zu killen, oder? Oh, Mann. Rest in Peace. Oh, mein Gott. Oh, okay. War ja klar, dass die einen da hundertmal draufkloppen lassen. Lies, Bruder. Finde die Schlüsse. Oh, Gott. There we go. Holy crap! Run! Oh, nein. Oh, das Schloss ist jetzt kaputt. Go, go, go. Ich habe die Schlüsse. Great. Gott, du bist großartig. Lass uns da rein. Du bist großartig. Du bist großartig. Oh, nein. Employees only. Ah, das Ding ist wieder so komisch. Einmal kurz mit der Maus rütteln. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wir haben jetzt noch die zweite Batterie nicht gefunden, oder? Ich kann mich noch erinnern, man fummelt noch mit dem Radio hier rum. Irgendwie haben wir es verpassen. Wenn du mich hörst, in der Alley starten die Leute raus. Du hast es. Doug, Carly und Lee, ihr habt sicher, dass unsere Defensiväge bleiben bis dahin. Und Lee, ich sollte das Axe nehmen, falls ich einen von ihnen auf dem Weg zu meinem Trucke. Hier geht's. Die Tür ist nicht mehr geschlossen. Scheiße, ihr drei, geht auf! Ich werde zurück so schnell wie ich kann. Bleib aus den Fenstern. Dad, wir müssen uns helfen, bitte hurry! Was? Wie? Du bist auch cool, aber halt die Klappe, Doug. Ah, der G-Stock. Nice, davon habe ich gar nicht mehr gedacht. Du hast doch eine Knarre. Schieß. Oh, Mann. Hätte Doug oder Kali, oh, Mann. Was? Neben Tasche? Achso, die hat keine Muni mehr. Ja, okay. Sorry, Doug. Schnell weg hier. Nein. 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 Was für ein Wien. Wien. Nein. Ich lasse nicht, jemand anderes zu essen. Heeeell yeah Kenny! Larry der Pisser! Warum hat er das jetzt gemacht? Ohne uns wär der schon längst tot. Wir haben dem die Pillen besorgt. Oh man, Tramontine! Das war so awesome! Oh man, Tramontine! Oh man, Tramontine! Oh man, Tramontine! Die Schreie sind lauter als die Schüsse. Die Schreie sind die Schreie sind. Die Schreie sind die Schreie sind. Und so weiter über die Schreie sind. Oh. Yo Glenn. Hey Glenn. I think I need to go. To Atlanta? Yeah, I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Or do you want to travel here? It's not like we have much to begin with. Now we're going to be flying in California. Oh man! I remember I was going to go. Is the piss that he's going up? No, he's going to go. Can't go. Thank you. I'm going to go. 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 Yeah, I'm going to go. You have to do what you have to do. You have to do what you have to do. And I have to do this. I have to do this. You guys are safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. They go from upstairs. Are you just going to let them? You told Carly to give her the gun. Yeah. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Bro, die war gebissen. Anyway. See ya. If they didn't get better, it's something different. But the war is eh already dead. What do they do? As a zombie run around? If they just go like that. Oh la la la. I'm going to bring me now. Of course. It's something different. But if you get better, it's over. You know what? Did you check the glove box? I swear I saw it earlier. Hey, Ken. Ken. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are going to be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Did you check the glove box? I swear I saw it earlier. You never pay attention to where you leave them. Is that mixed man? Oh man. Check this out. You're too much stronger. You can. And you just look over there. Everything we own would be lost if I left alone. How are you doing, Connie? I'm okay. You know, considering. I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Uh... Put my light, Connie. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway. I'd rather be alone, I think. I understand. Wait. Lee? So awesome. What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. It was so awesome. SD had a sweet underwear dip. That ring will go really fast. Did you check the glove box? Did you check the glove box? Did you check the glove box? Oh man, check this out. The Dumatron had this minigun on his shoulder. It's all like pow, pow, pow. I thought the super dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey Duck, uh... You want to cool it for a minute? Okay. Sorry. I'm sorry. There's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there though. I fell. And my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, that's good for me. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense. But it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine. What do you want? Like my daughter? No. Wow. It's okay. Ihr Vater ist gefährlich. Ihr Vater ist gefährlich. Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else, if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you... You watch your ass. Wie wär's mal mit Danke, dass du mein Leben gerettet hast? Hey, Lee. Do you have a second? So, I'll put them right in this point. Then you had to go and move. My dad would be dead if it weren't for you. That guy, Doug, is dead. Because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor is pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars and keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly we got light. There are worst places to call home. Yeah, well done. You know guys, I think it's going to be okay. Yep. Just light. That was? Yeah. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't know me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Derry. It's beautiful. I never did thank you for saving duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! You never liked my dad. Even back at the drug store when everyone thought Jenny's kid was bit, you went out of your way to side against him! This isn't happening! No more! Please! No more! Please! Lee! Please! Jesus. So was mag ich eigentlich nicht, so ein bisschen Spoiler auf die nächsten Episode so, eh? Aber naja. Ah, hmm. Hier, öb, öb, öb. Aufrichtigkeit. Herschel angelogen. Du! 54 % der Spieler haben die Wahrheit gesagt. Das ist sehr ausgeglichen, ne? Warum ist denn das so krass 50-50? duck oder sean so und 52 prozent der spieler haben duck gewählt wir waren auf kennys seite irene die waffe gegeben ah da waren wir in der minderheit 47 prozent und wen haben wir gerettet kali und da sind wir mit 49 prozent auf der seite von kali hätt ich jetzt nicht gedacht dass das so krass 50 50 ist naja gut das war episode 1 kann man das überspringen kann man nicht überspringen machen wir einfach pause das war episode 1 der part ist ein bisschen kürzer als die anderen vielleicht schneide ich ein stück von dem anderen noch ein oder so mal schauen gut hat auf jeden fall bock gemacht bis auf das ende von hier kannte ich das jetzt schon aber ab jetzt ist komplett bin ich ahnungslos und es macht auf jeden fall bock sieht gut aus läuft gut auf der ps vita wirklich das war eine katastrophe naja so dann ja bis zu episode 2 ja noch hier cool dass du das video bis zum ende geschaut hast lasst jill nicht zu lange warten klick doch hier für das nächste video und vielleicht ein abo da lassen vielen dank und bis zum nächsten mal ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020